Ja gut, sorry Leute, bei mir geht's leider nicht weiter, aber bei euch gleich Und Ausnahme hat sie laufen? Ja klar, die läuft Schaffst du's? Ja Extra Einloader ist tot Ja wunderbar, ich stehe auf den Schiff drauf, ich kann ihn stoppen Oh, ich kann auch was für sie kriegen, ne? So, jetzt weiß ich schon, wenn sie einen Badass Island Loader bestärkt Es ist Borderlands, was erwartest du? Erwartet ruhig nicht mehr viel, aber ich hoffe, dass keine Badass Island Loader kommt Es kommen Hotloader Da war ich verreckt Alter, und wie schnell rollst du? Klar, du bist vorher zu oft gestorben Oh, wunderbar! Ach ja, so schwer dich zu unterstützen, ne? Ich kann schon Granaten halten, halte mich am Leben! Ich war leider nicht in Warlord Ja, was? Ich hab leider nicht in Warlorder, weil ich nicht in den Schiff fahren Ja, geil! Ja, geil! Ich hab' da mal weg! Hier kommen noch viele Ich kann dir halt nicht so mega knapp helfen, ne? Ja, passt, ich muss halt bisschen rennen Vor allem brenne ich gerade, das nervt ein bisschen Wiedersehen Geil, Snipermonie ist leer Da ist keiner mehr, wa? Da hinten ist noch irgendwo einer Ich seh den auch nicht Nope, dat wird nix Da hinten Und dat war's Okay, neuer Versuch, jetzt hast du auch keine Lexus, können wir das nochmal richtig starten Alter, alleine ist das Arsch in der Schwerde drin, wenn du nur mit Sniper unterwegs bist, mehr oder weniger Weil ich hätt zwar auf Schrotze gewechselt als nächstes, aber Geht du auf Schrotze? Ja, ich hab ne Schrotze auf Platz 4 Aber ich glaub, ich werd's jetzt ändern auf was anderes Guck grad mal, ich hab mir gedacht, ob ich mein Schild wechsle und was mit ihm was absorbiert Ich hab auch nen Fehler gemacht Was hast du denn gemacht? Ich hab mein Ding geändert Mein, ähm, Klassenmod Von mehr live Auf Ja, das war Das war ich grad voll auf Timo, das wird so ausgeskillt und jetzt geh ich wieder auf Damage Äh, gib dir mal im Laden die Sniper Waffen, Waffen, Waffen Ah genau, zeig mal kurz deine Welche? Die erste Sniper Auf zum Fröhlichen, dein Geld ist feldlos Oder ne, der hat die beste Sniper von dir Ähm, Moment kurz Dann spring ich da auf den Kopf rum Hier Hab ich dir meine geilen Gunsackereien für sich Aber warte, ich hab dir ne Sniper vielleicht, die was bringen könnte Werf mal deine, deine erste und die, ähm, und die andere rüber Die kannst du haben, wenn du willst Herzlich willkommen, Kunde Check ich mal nach Macht weniger Damage, hat mehr Money Größere Feuerrate Drei Worte, mein Freund Kein Geld zurück Äh Ah Zugfasser, Waffen, äh, Zugfasser, Zoom, glaub ich dran Der Zoom ist nicht mehr so schlimm Mal gucken Kannst du ja zurückhaben, wenn du willst Oh, kippe Ich hab meine Sniper finden So, und Na, Worte Da Und zeig mal deine, deine Primary Sniper, die du, ähm, die, die eine mega krass rotzt Mal wissen, wie viel Damage die macht Hä Hä Die soll mehr Damage machen Die macht mehr Damage Aber ich hab die hier Alter Die sollte noch mehr Damage machen eigentlich Die macht doch noch mehr Damage Tauschen, oder willst du die? Die Deswegen wundere ich dich Äh Wirf mal, wirf mal kurz deine auf dem Boden Ich will dir halt, wirf mal kurz, ich will die hier für geben Achso, die eine von grad eben Ja Ah, die ist kotzig Nein, 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 die wo grad, wo es hier liegt Achso, die da Ja, komm Sniper ist eher öfter als ich Äh, da liegt noch ein Sniper, ne Von dir Oh, ja, cool Ich mag die Hyperion Sniper nicht so Die Hyperion Sniper Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus Ich hab Jacob's Fladdorf Wenn du woanders reinkaufst du Er hat mich nicht mehr Fladdorf? Ja, die haben geile Ich muss sagen, die Hyperion Sniper sind mir Die, auch dieses Wenn man Feuer erhöht sich die Genauigkeit Aber das ist ein bisschen nervig für ein Sniper Bisschen nicht so im Dauerfeuer Mh Ah, Bitch Ja, je nachdem, ne Julian Ja Wenn ich jetzt die andere Sniper nehme Hab ich 19 Schuss hintereinander Dauerfeuer Kommst du gleich, dass wir hier ein Ringen Nur so Zum Auslösen Ja, ich war schon Einen Schritt weiter Hab ich gemerkt Vorsicht Das wirst du nicht im Beischlaf schaffen Zwinker, zwinker Alter Vier Zwei Zwei Eins Sechs All Ich hab mehr Schiss vor den fliegefiechern Ja, die kill ich locker, wenn ich die halt kreffe, ne? MEDDLE! ACHTU! Das ist cool eigentlich, die ganze hier sieht. Alter! Meine Granaten haben gebeten. Aber weißt du, der Futter ist, ich kann da einfach rein sein. Ohne direkt. Alter, ich bin gleich tot. Ey, willst du uns wiederbeleben? Ja, ich mach nur noch eine Kette. Ja! Ja, XP! Aua! Du kommst wieder auf die Beine! Ey, hab ich noch! Ich muss mit der Schrotz halt nur grob hin zielen und dann Steffen halt schützt. Auf weg! Ist jetzt noch einer? Hä? Was ist denn? Kuck! Ah! 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 Das wird jetzt noch nicht spät. Fick dich! Das war's einfach so, ich nehm sie in Facelock. Ähm... Ich glaub ich brauch Hilfe. Ja? Wär nicht schlecht. Ich kann dich nicht wiederbeleben! Wuh! Wuh! Ich hätte aber auch gleich angekillt ja, weil sie wär... Mega knapp geworden. Wir hängen hier an der Wand fest. Boah, lass mal was testen. Guck, 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 guck's dir mal, guck's dir mal an! Meine Granate schiebt das aufgeregt. Stimmt, meine Granate ist ja auch zielsuchend. Guck's dir mal an! Guck's dir mal an! Ah! 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 Okay, so viel dazu! Oh! Oh! Scheiße! Die Waffen ganz knapp runtergefallen! Nee, da ist die Radio! Nein! Alter, das ist so nervig hier! Komme ich einen neuen Sticher? Ja klar! Schau auf deinen besten Freund, die Karte! Die Karte ist nicht klar! Alter! Boah, komm ey! Ah, komm! Einloader, gell? Nee, Pullloader, okay! Die ist klar, dass ich im Nack auf dich wiederbeleben kann! Ich aber nicht! Oh, Junge! Jetzt gibt's richtig alle auf dem Maul! Kein Problem, kein Problem! So, der noch! Das wird ja wohl! Das wird ja wohl! Er ist auch weg! Da unten ist ein Einloader, pass auf! Alles klar! Vom Einloader mach ich wieder Torge weg! Spittig! Da drüben ist noch ein Bullloader! Alter, warten, warten, warten! Warten, warten, warten! Bombo! Boah! Kein Problem überlebe ich! Nummer zwei Einloader weniger! Seriously! Der Wichser reißt dir immer das Schild auf, wo meine Granaten angeflogen kommen! Aus heiteren Himmel! Bitch! Das waren meine Granaten plus ein Sniper-Schuss! Nice! Von oben, Hotloader! Pass auf, die machen's Schaden wie Sau! Hotloader, alles! Da muss ich die Waffe nehmen! Ne, war die falsche Waffe! Oh, fuck, 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 fuck! Hinter mir spawnen sie wieder! Überlebe ich schon, keine Ahnung! Ich habe mir gerade weniger um dich sorgen als um mich! Ich habe gerade überlebt, dank Dauervoller! Ich habe gerade überlebt, dank Dauervoller! Alter! Super, direkt! Reinkörper! Ich muss jetzt das Black-Obs-Liege vorab... Das Black-Obs-Liege vorab werden lassen! Wir müssen noch 15 Crids machen, ne? Fuck, fuck, wieder Blick, Steff! Okay, ne, geht wieder, ähm... Glaube ich war vorher noch, ähm... Benutz halt mal einen ganz locker Modus! Ja, du... So, da kriegst du Feuern! Alter, ich hatte die Vollkirchen so mega schnell bei der Waffe geschafft! Versuch halt einen ganz locker Modus mal hin und wieder! Na, machen wir das mal! Ich kicke in die Mitte schnell und brauche Feuern! Weg! Meine arme Maus, ey! Weg! Okay, jetzt weiß ich auch nicht, was kommt! Hier bin ich gestorben! Oh, Constructor! Und wieder Badass-Fiecher! Ich hau ab hier! Ich fahre nach dem Constructor... Constructor! Ich geh auf die Anhöhe hier hinten! So, man will das Schild und ist auch weg! Alter! Constructor ist auch wieder weg! Äh, ich übrigens auch! Hol dir das Schild! Hol dir den Schild da drüben! Ja! Wow, noch ein Geschiss! Aua, was war das denn? Oh, Reparatur-Bot. Danke. LOL, ich kann nix mehr aufsammeln. Passt, ich kanns aufsammeln. Nur überlebt, weil ich hab jetzt fast keine Abgelenkzeit auf meiner Linkdorf, das gilt. Ich brauch fast 14 Sekunden, bis Ding wieder voll ist. Okay, 14 Sekunden.